Wir waren ca. 7,8 Milliarden Menschen, als das Virus ausbrach. Viele starben daran. Der Rest starb durch eine von den Strippenziehern dieser Erde geförderten, unbekannten Substanz. Doch einige haben es geschafft. Ich bin ein Überlebender in Düsseldorf. Ich befinde mich jeden Tag am Unterbacher See um die Mittagszeit. Dann, wenn die Sonne am höchsten steht, dort, wo die Boote das Wasser küssen. Sollte mich da draußen irgendjemand hören? Du bist nicht allein. Die Gefahren, sie lauern an jeder Ecke. Der Tod ist unser ständiger Begleiter, bis er dich holt. Die Gefahren, sie lauern an alle Ecke. Das war die, die in sich спасen. Ich hab Ask formationen phenomenon.